Speedy bleibt stehen, der Name oben angepasst. Perfekt. So, kommt da noch ein Resign? Weiß nicht. Ne, doch, kommt, genau. Ne, ist ideal. Angepasst, perfekt. Let's go, Freunde, let's go. Wir wollen starten hier in diese wundervolle Partie. Wir freuen uns jetzt schon und damit Team Speedy gegen Team Dennis. Auf geht's, Freunde. Let's go, let's go. Und da muss man auch sagen, ich glaube... Oh, die Anti-Ruff-Schliffe direkt. Exi heißt doch auch mit Vornamen Dennis, oder? Kann sein. Oh, die sind alle blind. Freaks hier mit einem großen Problem. Hat sein Mate ein bisschen geblöckert. Aber Shushu macht da zwei. Beim dritten hat sie ein paar Probleme. Geht dann aber nochmal rum. Aber auch da ist Hyped nochmal erfolgreich. Und jetzt war es nur noch Exi. Der geht auch noch down gegen Speedy. Also schöne Aktion zu dritt Richtung B aufbauen. Anti-Rush-Flash direkt rein da in die Banane. Und so das 1-0 mitnehmen. Starke Shots von Shushu. Den man in dieser Runde nicht angemerkt hat, dass es ihr nicht ganz so gut geht. Absolut. Absolut. Richtig. So, Dennis und Dennis fighten da gegeneinander. Äh, zusammen. Entschuldigung. Zusammen. Nicht gegeneinander. Äh, das heißt, wir werden hier auf jeden Fall... So, Owe heißt mit Vornamen Rurik. Das war sehr schwer für mich, mir diesen Namen zu merken. Ich hab mir aber da irgendwann die Eselspurt geholt. Und zwar der Rubik's Cube. Darüber konnte ich dann ableiten, dass er Rurik heißt. Jawohl. Und Dennis, also sie haben einen schnellen Mitte-Push in der Eko gespielt, haben einen Frack gemacht. Da kommt man an die MP5. Aber Shushu ist das gerade egal. Das Bild von Shushu Money. Das Bild von Shushu. Siehst du das? Ja, ja, sehe ich. Ein Träumchen. Sehr abstrakt so ein bisschen, ne? Oder? Hätte ich jetzt so nicht gesagt. Ich weiß schon, was du meinst. Surrealismus. Surrealismus, okay. Da bist du deutlich eloquenter als ich. Das weiß ich. Damit geht's auf jeden Fall jetzt durch die neue Meta natürlich hier schon in einen Equipped-Round. Wir sehen es. Team Dennis jetzt hier mit Arkas am Start. So, ich bin wirklich gespannt, wer hier die Nase vorne haben wird. Ob es da auch wieder so eine ausgeglichene Partie gibt. Oder ob das Ganze doch nochmal irgendwie eindeutiger stattfinden wird. Aber bisher hier auf jeden Fall schon mal gesundes Aiming am Start auf beiden Seiten. Ja, Mitte-Kontrolle aber schon für Team Dennis da. Und ich glaube, die wollen gar nicht lang fackeln. Gehen jetzt den Spot über Kurz an. Shushu schon auf dem Spot. Das ist ganz wichtig, dass sie Kurz hier schnell supportet. Die Nate leider gegen die Tür abgeprallt. Macht gar keinen Schaden. Sie ist jetzt auf dem Spot bekannt und es wird auf den Pitchspieler ankommen. Ja, das ist Ove. Hat einen gemacht. Dann der Fokus aufs Haus. Kommt nochmal in die Deckung. Die Flash zur Seite. Zieht damit rum. Auch den Frack noch gemacht. Die Bomme liegt noch an. Kurz down. Der FIFA muss jetzt hier regulieren. Den Erzten hat er gemacht. Aber beim Zweiten geht er down. 3 zu 0 für Team Speedy. Schöne Deckung. Shushu gut rotiert. Ja, definitiv. So, 3 zu 0. Also Team Überholspur. Und hier sehen wir auch nochmal schön die Spieler vor Ort. Dennis natürlich mit dem Modelface. Wollen wir gar nichts drüber sagen. Ein Bild von Mann. Ja? Ja. So, und damit geht es auch in... Selbst mit Topfhandschuhen. Selbst mit Topfhandschuhen. Jetzt geht er hier in die vierte Runde. Man hat vier Diegels, eine P250. Und auf der anderen Seite sehen wir alles an Rifeln. Und schau dir das Bild an von Trommler. Ey. Ja, also. Da ist auf jeden Fall gut was am Start. Sehr gut. Das bisschen Stress in der Banane führt dazu, dass sich die Team Speedy-Spieler auf den Spot zurückziehen. Und Davidscha und Co. gehen jetzt in die Mitte hoch. Da ist jetzt diesmal Freaks anerlang. Und Shushu ist direkt mit der Kurz unterwegs. Ober hat da den ersten Frack gemacht. Im Haus den Spieler geholt. Shushu wird jetzt hier nochmal gechallenged. Seine Probleme. Shushu kann jetzt mit reingehen. Shushu hat Dennis da auch bekommen. Und auch die Eko sieht hier ziemlich locker flockig aus für Team Speedy. Ich denke nicht, dass da jetzt noch so viel anbrennt. Aber ich meine, wir sind hier im Lead Cup, im Lead Camp. Und da wird Geschichte geschrieben. Ja, definitiv. Ich habe gedacht, dass das eine Save-Round für Team JDC war. Absolut. Aber wenn man hier nochmal zum Bombenland kommt, dann ist auf jeden Fall alles vorbei. So, Shushu. Ein paar Schwierigkeiten gehabt. In der Mitte. So. Und damit ist auf jeden Fall jetzt auch schon wieder eingeleitet die ersten Handicaps. So. Und da können wir schon mal ein klein bisschen teasern. Also. Ich weiß jetzt gerade leider nicht, wie es ausgeschrieben ist. Sehr schön. Oh mein Gott. Also hier schön die Kaleinus-Groh- oder LSD-Brille in Shushu-Manier. Halloween ist doch jetzt nächste Woche. Ja. So, und damit werden wir gleich hier in der nächsten Runde starten. Müssen dann Speedy und Dennis aufziehen. Und Dennis mit dem First Break. Aber Speedy an der Aug. Mit seinen eigentlichen Kollegen da erstmal umgeholzt. Geht dann in der Banane noch den Schritt nach vorne. Aber übertreibt es da auch nicht. Und Trommler, der will sich jetzt hier wirklich reinbringen lassen. Das Spiel versucht sich da ganz klein zu machen mit seinen zwei Metern. Und wieder mal. Dennis sieht halt auch damit gut aus. Er hat sie gerade schmarrn probiert. Aber wir werden jetzt erstmal unseren Fokus noch auf diese Runde legen. Weil noch ist nichts entschieden. Die Frage ist nur, wenn natürlich jetzt hier Team Speedy verliert. Nein, die sind auch equipped. Also, wir können davon ausgehen, dass nächste Runde auf jeden Fall... Na, für Team Dennis wird es ein bisschen schwieriger. So, jetzt hat man aber die Bananekontrolle durch Trommler gewagt. Aber kann man machen. Speedy hat hier keine Lücke an der Smoke. Er hört die Schüsse schon. Obe wartet, dass sie unter den Quad laufen. Da kriegt er den ersten Save. Sieht direkt zum zweiten rum. Ich weiß nicht, ob er da eine Support-Flash bekommen hat. Die HE könnte passen. Es ist Speedy, der die Kills macht. Ja, mit der Aug. Also, die Aug auf jeden Fall stark. So, jetzt kriegen sie hier die Brille. Speedy kann es schon gar nicht mehr glauben. Und Dennis, der sieht halt wirklich aus wie aus, keine Ahnung, den 70er Jahren. Ich weiß nicht, ob der vorher schon doppelt gesehen hat. Ja, ich auch. Das ist so gut. Was macht jetzt hier Speedy? Er so, ey, ich kann nichts sehen. Ja, das ist das. Oh, das ist das. Schau mal pausiert, okay. Die Pause habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Oh, da ist auf jeden Fall, äh... Ich glaube, wir die Augen zusammenkneiden. Er versucht irgendwie Fokus zu ziehen. Da ein kleines technisches Problem, wie es aussieht. Schau mal, er versucht zu greifen. Hast du gesehen, er hat versucht, die Flasche zu greifen und erst mal daneben gegriffen. Das ist doch zynkt, ne? Oder? Im Hintergrund? Ja. Ja, das ist zynkt. Das ist zynkt. Ja, zynkt ist auch da. Cover ist auch unterwegs hier. Den habe ich aber noch nicht erkannt. Also, wir haben hier auf jeden Fall schöne Bilder. Schu-Schu natürlich immer. Full-Focus. So, Trommler checkt erst mal die Sound-Einstellungen von Schu-Schu. Water-Joe. Mit Koffein. Also, falls auch mal jemand keine Lust hat, immer irgendwelche Süßgetränke oder Sonstiges zu trinken, wenn er Koffein zu sich nimmt oder Kaffee nicht mag. So nicht, Dennis. Brille wieder auf. Hallo. Das gibt meiner Penalties. Hallo. Also, so geht... Also, das ist hier eine Schweinerei. Reißgeldabzug. Ja, mindestens. Überall wird ein bisschen rumgezogen, damit man nochmal einen Grund hat, hier auf jeden Fall, äh, ja, zu timeouten. Daniel Paulus will sie auch ausprobieren. So, und ich glaube, er sieht damit besser. Also, das könnte... Ich schwöre. Er sieht wirklich, glaube ich, besser damit, der gute Herr Paulus. Also, ne, da sind sie auf jeden Fall am Start. Und, äh, ja, es wird, denke ich, mal ein paar Minütchen dauern. Oder ein paar Sekündchen. Ja, bis das Problem... Ihr könnt ja bisher mal sagen, wie ihr das Spiel bisher wahrgenommen habt. Problem ist nur, mein Handy ist, glaube ich, gleich leer. Das heißt, dann... Haben wir hier eine Steckdose in der Nähe? Ja. Da hinten, ne? Wir haben hier genügend. Also, wenn es hier an einer Sache nicht mangelt, dann... Ich meine hier direkt hinten. Ne, da ist auch eine. Ist schon alles gut. Okay. Ich habe mein Ladekabel. Ich habe auch sogar, weißt du was? In meiner Hosentasche. In deiner Hosentasche? Da ist es. Da ist es. So schnell, natürlich, selbstverständlich. Man muss immer vorbereitet sein als Castor. Ich glaube, wie du in so kurzen Hosen so viele Taschen hast. Ich trage doch lange Anzugshosen. Also, ne, lasst euch nicht wieder was erzählen. Marvin verkauft halt wirklich komplett. Ja, so ist das, ne? Ja, vielleicht können wir mal über dein Headset sprechen. Hörlux, wie gefällt es dir bisher? Du trägst da jetzt auch wirklich einige Stunden. Als hätte ich im Endeffekt kein Headset an. Es ist kein Witz. Also, wirklich, wirklich krass. Und sitzt wie angegossen, auch wenn es jetzt keine Maßanfertigung ist. Auch das ist von Hörlux übrigens möglich, dass man diese in-ears Maß anfertigen lassen kann. Und diese Headset-Variante davon, die wird es ab nächstem Jahr im Handel geben. Dementsprechend solltet ihr da auf den Social-Media-Kanälen von Hörlux einfach mal vorbeischauen, damit ihr den Start von dem Produkt nicht verpasst. So, und das Spiel geht weiter. Es geht wunderbar weiter. Und jetzt, das nenne ich Production Value. Da kriegen wir sogar noch den Chat hier. Ach, ist das schön. Ist das schön. Ist das toll. Nee, also hier fühlst du dich nur wohl, Freunde. Das kann ich euch nur erzählen. Das ist schön. So, da gab es einen schnellen B-Push. Trommelack hat es sogar geschafft, auf die Kisten hochzukommen. Verrückt, dieses Bild, Jus. Wie Speedy. Das brauchen wir groß, ne? Das ist das Beste. Eigentlich brauchen wir gar nicht das Spiel sehen, sondern einfach nur dieses Ding. So, Speedy mit dem Kontext. Trommelack. Über unbezahlter Erfolgsfan, heißt er da. Ah, wird dann aber getradet. Auch Speedy geht da down, aber Freaks ist mit dabei. Wir haben also jetzt die Überzahl-Situation und den Plant an B für Team Dennis. Retake immer schwierig, aber Shushu kommt da. Über die Banane ist natürlich immer eine gute Sache da, jemanden zu haben. Oh, aber die Support-Flash perfekt gepasst und Hype kommt da rein. Jetzt ist es nur noch Offe. Gegen drei. Und Speedy gehört sich richtig, Alter. Guck mal, wie der guckt. Er versucht auch die Taktik, ein Auge zuzumachen, hundertprozentig. So, dann gucken wir mal. Also, Team Dennis, erste Runde, willkommen im Scoreboard. Genau so muss es sein. Und zwar muss man ganz ehrlich sagen, der Chat ist auf jeden Fall Team Dennis. Die sind richtig am Start. Und die brauchen ja gerade auch die Energie. Alter, nee, Sabine, ich war Speedy. Den kannst du doch nicht ernst nehmen. So, wir gucken mal. Fokussieren uns mal ein bisschen auf Dennis und Speedy, wie die beiden mit dieser Brille spielen. So, Dennis sucht den Fixpunkt, ist aber auch sehr optimistisch. Normalerweise ist das eine Sache von Millisekunden. Noch da. Ja, nee, das wollte ich. Das sollte ich. Hey, ein bisschen hoch, aber das passt schon. Speedy hat die gut abbekommen. 53 HP nur noch. Und sehr viel Utility verwendet, um die obere Banane einzunehmen. Jetzt die Support-Flash für Trommler. Mal gucken, ob der was draus machen kann. Flash kommt. Und rum. Aber hier oben wartet keiner. Die Info also wieder da für Team Speedy. Jetzt lässt man Trommler da wieder stehen. Der will noch Molly werben. Warzeit-Timing. Da kommt Dennis rum. Hatte da Probleme mit der Brille. Wird von Freaks noch geholt. Der geht zurück auf den Spot. In der Mitte dann aber oben. Gegen zwei erfolgreich. Der spielt den Neuwagen immer sehr schön aus. Juju geht da noch vor. Auch da ein bisschen Damage kassiert. Davica macht da schon mal gut Schaden. Ja, hat die Möglichkeit nochmal so. Damit haben wir jetzt hier eine 2 gegen 3 Situation. Es geht richtig in Banane. Man möchte sich nur aufstellen. Und da wartet nur Freaks. Freaks hat jetzt hier eine hohe Verantwortung. Also, wenn der hier Probleme hat. Hat keine Kanaten mehr. Dann könnte diese Runde hier auf jeden Fall nochmal eng werden. So, jetzt freuen sie vor. Molotov zum Ausschießen. Er wird rausgedreht. Zieht rum. Schöner Freak hier von ihm. Erster hat gut gesessen. Domi the Stuff mit 15 AP. Kriegt den Bombenplan trotzdem noch erzielt. Und das ist machbar. Er hat den Raum. Wenn er das Timing findet, könnte er diese Runde noch holen. Ja. Ja, das ist schwer. Er wartet sie halt komplett aus der Banane. Ist halt so ziemlich gewagtes Positioning an der Faden in Smoke sich aufzustellen. Vielleicht hat er die Smoke auch ein bisschen falsch eingesetzt. Das ist keine Folgerunde für Team Dennis. Das tut richtig weh. Wir merken schon, dass sie an der Banane eigentlich ganz gut Map Control bekommen können. Aber gerade diese Flash von Speedy für Trommler hat wieder Informationen gegeben. Eine A-Rotation hervorgerufen. Also, das machen sie echt gut bei Team Speedy. Gefällt mir. Ofenhandschuhe heißen sie übrigens. Ofenhandschuhe. So, aber einfach mal, um es nochmal zu erklären. Diese Handicaps, auch diese Brille, die ihr jetzt gerade seht. Da geht es darum, den Profis einen kleinen Nachteil zu verschaffen. Also ein kleines Handicap halt. Und die tragen sie dann so zwei bis drei Runden. Dann werden sie ihm wieder entnommen. Und dann kriegen sie noch das nächste Handicap. Speedy bewegt auch den Mund immer dabei. Als würde er versuchen, mit seinen Zähnen zu sehen. Dann noch die Ork spielen, die dann auch noch die Farben hat. Dann ist eigentlich alles vorbei. So, voted mal im Chat. Wir brauchen da ein paar Stimmen. Und ja, das war jetzt auf jeden Fall eine Überfahrt. Oh ja. Manchmal kommst du auch einfach super schnell an Kurz durch. Kannst den Gegner überraschen. Ob er im Haus down. Da hatte auch Shushu nichts mehr zu melden an A Kurz. Bord also gefallen. Und dir bleibt auf Inferno meistens nichts anderes übrig. Auf der CT-Seite, als die Waffen lieber zu saven. Da konnte Trommler nochmal einen Exit-Frag machen. Auch Speedy hat die eine gute Position. Wäre schon so eine Distanz, wo man in den Zoom gehen könnte. Er sagt, das geht auch ohne. Hat jetzt gemerkt, dass da noch einer rausgelaufen ist. Speedy hier mit dem Nächsten. Hat die auch wirklich komplett durchgespielt. Und das ist wiederum dann doch ziemlich teuer. Für Team Dennis. Die allerdings also da so eine Eko eingelegt hat. So, gehen wir mal ein bisschen auf die Stats ein. Also wir haben 9-9-9 bei Oberfreaks und Speedy. 7-Frags bei Shushu. Und unbezahlter Erfolgs-Fan Trommler ist bei 2-Frags. So, auf der anderen Seite sehen wir Dennis mit 5. Hyped mit 4. 3 und 3 bei Exi und Domi The Stuff. Und David Jesus, der ist bei, oder Davidscha, ist bei 2-Frags. Also, Exi, der baut auf jeden Fall noch ein bisschen Feuer unter dem Hintern von euch. Sonst wacht er noch nicht auf. Dürfte das am Baum mitbekommen haben. Sie moll ihn nochmal ab. Und da hat's Trommler gerade erwischt. Und eigentlich muss Speedy jetzt raus aus der Banane. Ja, aber Bock. Ich glaube, er ist da auch ein bisschen selbstbewusst. Ja, macht es auch hier. Brille ist ja jetzt auch wieder weg. Brille ist abgenommen. Genau, richtig. So, wundert euch da nicht. Kamera gerade kurz ausgefallen. Werden wir natürlich gleich alles wieder für euch gerade biegen. Und dahin müsst ihr mit Dennis Lieblich im Gesicht alleine ankommen. Und Domi hat hier ziemlich gut geentryt. Jetzt kann Ove hier aber einen machen. Sie ist den zweiten unten, übertreibt es auch nicht. Speedy kann den B-Spot noch halten. Und sie merken gerade, dass da sonst niemand an A durchgegangen ist. Commitment kommt auf B. Speedy mit dem Freak legen. Nein, der macht sie beide. Schöne Dinger hier. Und nur noch David Verleih. Speedolf. Speedolf, der schreckliche 3K bei ihm. Und genau so muss das passieren. Davidscher, letzter Überlebender. One on three. Und das sieht hier fast schon wieder nach aus, dass man diese Runde hier wirklich sehr schwierig abgibt. So, und Speedy, das ist ja hier der Map-Pick von Team Speedy. Oh, und vielleicht habe ich da Davidscher ein bisschen unterschätzt. Erster Freak gemacht. Speedy nur noch mit 2 HP. Ove. Steht sehr nah dran, ohne Deckung. Ah, der darf auf keinen Fall jetzt kippen. Und Davidscher, der geht nochmal auf die Weltreise. Niemals schafft er das. 15 Sekunden. Das ist sehr optimistisch. Oh, hat der Fake funktioniert. Aber einer bleibt stehen. Einer bleibt zieht, der bleibt stehen. Das ist Speedy. Den vernascht du natürlich nicht so schnell. Aber er schafft es jetzt nicht mehr. Doch, er vernascht ihn doch. Ja. Am Ende sagt er, save the ABP. Irgendwie vernascht er sich das selbst. Also er hat sich komplett selber ausgepackt. Und wie so ein Snickers schön, ne? Tschüss. So. 7 zu 2 also. Für Team Dennis läuft es nicht unbedingt besser. Ja, ja, ja. Hin und her geht es aktuell. Sowas tut meistens der CT-Seite eher weh. Aber die haben zuletzt die Runde gewonnen. Team Dennis kann hier nicht dazukaufen. Wir spielen die Eko. So, und für die Leute, die sich eben gewundert haben, warum singt der Venom da eigentlich so schräg und schief Ave Maria? Da war eigentlich ein sehr krasser Hall hinter. Bei der ganzen Geschichte. Aber den habt ihr nicht gehört. Ich glaube, mit dem Hall ist es einfach nur göttlich. Für uns war es schön. Muss man ganz ehrlich sagen. Aber für euch war es, glaube ich, nicht so. Dennis? Oh, Dennis. Ist ja von sich selbst als ABP überzeugt. Ich noch nicht. Aber sie haben Speedy bekommen. Und Trommler muss sich da zurückziehen. Smoked auch direkt ab. Ich denke, dass Speedy da jetzt den Marionettenspieler macht und Trommler an die Hand nimmt. Dennis hat da einen schönen Weg und hat gesehen, dass... Oh, Trommler macht ihn durch die Smoke. Ja, also. Ne. Langsam geht es los hier. Trommler mit den ersten Fähigkeiten. Mal sehen, wer jetzt hier die Nase vorne haben wird. Man wird jetzt hier Richtung Banane rotieren. Auf dem Spot stehen. Schuhschuh und Trommler. Die müssen das Ganze hier aufhalten. Jetzt wird man hier zusammen. Hype, Davidscha und Exi. Dave Brulecci mit seinen Qualifikanten. Schön gemacht. Ja. Und den ersten gesetzt. Zweiten geholt. Wunderschön. Ich fasse es einfach nicht. Ich fasse es einfach nicht. Ja, 20 Sekunden. Die Bombe muss er sogar noch picken. Aber die liegt auf dem Weg. Da hätte er links den Frack machen können. Ich glaube, er war durch die Wand drauf. Hype. Versucht es dann mit einem schnellen Schuss. Wird von Freaks geholt. Und das ist Runde Nummer 8 für Team Speedy. Und jetzt tut mir leid, aber Trommler hat hier übertrieben krass performt. Sagst du, tut mir leid. Ist Trommler echt Goldnova, oder was? Ich glaube aber nicht weit davon entfernt. Ist er Kacke eigentlich? Er ist eigentlich Kacke, ja. Okay, bringen wir es auf den Punkt. Aber ich glaube nicht mehr so Kacke wie damals. Na gut, okay. Aber mit dem Handicap von gestern ist er dann wieder Kacke. Ja. So, und stimmt für das Handicap ab. Handicap ab. Handicap ab. Also ist übrigens die neue Kette, die es bald geben wird. Döner auf Handybestellung. Ich habe sie aggressiv gegen das Haus gespielt. Das gegen die Eko. Wurden dafür bestraft, haben die Kurzkontrolle verloren. Sind sogar in der Unterzahl. Das darf dir... Nee, in der Überzahl immer noch. Aber natürlich gibst du dem Gegner den Plant. Du gibst dem Gegner Waffen und machst dir das Leben selbst schwer. Jetzt muss man die Granaten noch gut einsetzen. Pit, Mollin. Smoke Force Pit, damit der Gegner sich da auch um die Smoke bewegen muss. Schöne Teamflash hier von Shushu. Der Spieler auf dem Spot erstmal unter Druck gesetzt. Schöner Frack hier von Domi. Auf dem Spot macht Exi auch noch einen Kill. Und jetzt muss Speedy natürlich klatschen. Hat er da noch eine Smoke? Hat er nicht. Die Bombe tickt immer schneller. Eigentlich kann er da schon weggehen. Spiel er bekannt. Aber er will ihn jetzt noch mit drauf gehen lassen. So. Und jetzt noch eine Molotov hinterher werfen. Und Domi get down. Und Speedy überlebt mit drei HP. Also, damit 8 zu 3. Team Dennis nochmal mit ein bisschen Anschluss. Trotzdem, wir sehen es geldtechnisch. Sieht zwar den Cities nicht so gut aus, auch wenn sie hier so weit führen. Aber man kauft alles runter, was geht. Und hier sieht man ganz klar auf jeden Fall Speedy mit 14 Fracks. Der ist auf jeden Fall hier der Carry. Das kann man klar zum Ausdruck bringen. So, Kamera natürlich wieder gefixt. Da ist das Leadcamp schneller, als die Polizei erlaubt. Spiel die Mördung nochmal nach. Hat den Blick unten reingeworfen. Weiß nicht, ob Trommler die Flash hätte ausnutzen sollen. Es geht wieder zur Mitte. Auch im Haus nach vorne. Sogar mit drei Leuten hier das Haus eingenommen. Willow-Flash da in die Ecke rein. Aber manchmal reicht es auch mit solchen Granaten. Und Ope hier wieder etwas defensiver. Und Freaks ist hier vorne. Man will sich da natürlich nicht wieder überrennen lassen. Und Freaks haben wir schon gesehen. So, vor allen Dingen, auch lang ist wichtig, die Position. Man ist zwar abgesmoked, aber man hat natürlich viel Impact bei Speedy. Jetzt wird natürlich zurückgezogen, weil man einfach nicht mehr offen steht. Die Smoke lag natürlich da. Und Trommler aber treibt. Oh, da darf er nicht reingehen. So, aber Speedy ist in einer schnellen Rotation. Speedy mit der AWP, wenn da keine vernünftige Smoke kommt, kann der viel Schaden machen. Aber so wie die 7 aufgestellt war, gab es da die Smoke. Ja, sehen wir hier. Und Speedy wird es eventuell mit einem Timing-Smoke-Push versuchen. Ja, der schleiche es einfach nur so. Ah, ich dachte schon, der schlägt. Natürlich. Versucht es mit den Smoke-Banks. Das kommt nicht an, die Bombe kommt jetzt hinterher. Kannst du fast safen. Also wir sehen auch gerade, zwei Spieler bleiben schon auf dem Arsch stehen. Aber jetzt kommen sie doch nochmal rüber. Also Speedy hat wahrscheinlich gesagt, doch, doch, wir gewinnen. Und wenn man eine Sache wirklich sagen kann, Speedy ist ein unglaublich bescheidener und angenehmer Geselle. Dazu sehr motivierend. Also er zieht seine Teammates immer hoch. Ja. Baut sie immer auch, auch wenn es mal nicht so läuft. Außer bei dem Gesicht gerade eben. Da wäre ich dann, ne? Da wäre jeder Tilt gewesen. So, Speedy nochmal im Zurückziehen da einen Kill gemacht. Hat da auch gesehen, dass da schon einer durch ist. Boah. Oh, starkes Brett von Hypes. Hypes, jawohl. Und der räumt sich damit auch den Weg frei, um in die City-Base reinzukommen. Ja. Kann damit seine AWP hier in Sicherheit bringen. 8 zu 4. Team Dennis gewinnt gerade ein bisschen am Land. Durch kleine Fehler nur von Teamspeed. Es sind wirklich Kleinigkeiten, die solche Runden entscheiden. So, schauen wir nochmal. Also Freaks, 12 Freaks, OBL Freaks, dann Shushumani mit 8. 4 bei unbezahlter Erfolgsfan Trommler. Und auf der anderen Seite sehen wir Hypes mittlerweile ganz oben mit 8. So, Dennis. Der ist ein bisschen abgeschlagen. 7. Domi Sestraf mit 6 und 5 und 5. Ne, 5 und 3. Exi. Den müssen wir irgendwie nach vorne peitschen. Geht er ab. So, Trommler wird zurückgedrängt. Speed. Der hat Bock. Völlig egal. Der wird einfach reingeschlunzt, Freunde. Ja, gerade mit kleinen Schwierigkeiten auf das erste Fass hochzukommen. Speed hier mit dem Refrag. Und ein schönes Brett auf Exi. Genau so. Auf Wiedersehen. Genau so. Erstmal schön ins Körbchen geschickt hier. Und in der Mütze, da wartet jetzt gleich Shushu. Twitter.com Shushu CSGO. Und sie wartet Anna lang. Und das ist immer das Ding, laufen sie Richtung Kurz, können sie direkt wieder stehen bleiben. Auch wenn sie eigentlich nichts zum Saven haben. Auf dem Spot kommen sie wahrscheinlich eh nicht drauf. Aber das ist das Timing von Freaks. Super. Und jetzt hat man sogar eine Rifle an Kurz. Sie gehen tatsächlich lang vor. Da ist die Awe. Ablenkung für Shushu. Ja, zieht rum. Sie geht rein. Erstmal starkes Ding hier. Und sie kommt nochmal weg. Double kill Shushu. Und dann sind es nur noch Davidscha. Oder es ist Davidscha gegen Speedy, Shushu und Freaks. Und 37 Sekunden, das ist sehr schwierig. Ja, und dann kriegt man da den letzten Frag. Stark gemacht von Team Speedy. Und schon ist man hier mit 9 zu 4 in Führung. Also sag mal, alles, was mit 9 zu 6 irgendwie in der Region ist, ist absolut machbar noch für beide Seiten. Ja. Aber, äh, ist immer so, ne, Terrorseite. Also ich bin gespannt. Ich bin wirklich gespannt, wie es jetzt gleich hier auf Inferno aussieht. Auf getauschten Seiten. Und da liegt wieder ein Kürbis. Aha. Kappa-Kürbis. Der Kappa-Kürbis. Das ist eine gute Idee. Der K.K. So, Trommler an der AWP. Die Smoke dann doch nochmal drin gelassen, bis Speedy wahrscheinlich den Call gibt. Spielt das von der Säule an. Er wartet also den Dark Molly. So, die Nate könnte seine Position aber ein bisschen verraten haben. Speedy an der AK. Ah, das ist souverän. Das ist souverän. Also man muss wirklich sagen, bisher sind die beiden Kontrahenten, also die beiden Profis noch nicht gegeneinander gestürzt hier. Aber da könnte man ja auch, ne, die Duelle, die werden natürlich dann auch ein bisschen ausschlaggekrebs. Die K.K. Und Hyped. Also der gefällt mir. Hyped mit einem unglaublich starken Aiming. Und Trommler. Ersten macht er. Zweiter. Schwierigkeiten. Okay. Kann er nichts machen. Aber da ist fast, aber das war fast wirklich auch schon, äh, die Vertragsunterzeichnung für Sprout, wenn er da die, die Fracks gemacht hätte. So, Freaks hier noch eine Teamflash abbekommen. Bisschen unkoordiniert aus, aber den Dark Molly, den bekommt er noch hin. Die Smoke zur Banane kommt auch. Könnte eine kleine Lücke auf der linken Seite haben. Freaks sogar mit der Flash. Da muss der Spieler am Beat natürlich ein bisschen aufpassen. Und jetzt rein da. Durch die Smoke. Er bangt aber erstmal. Oder Shushu bangt da erstmal. Bekommt fast den Frack im Delta. Da macht Dennis aber nochmal einen Shot. Und jetzt hat Shushu natürlich ein Problem, wenn er seine Duell eingeht. Kommt der zweite rum. Fünfte Runde für Team Dennis. Und wenn ich das Geld von Team Spidi so anschaue, bei Trommler und bei Owe, gibt's da kleine Probleme. Aber der Rest kann noch ganz gut kaufen in dieser letzten Runde der ersten Halbzeit. Für die letzte Runde der ersten Halbzeit ist es auf jeden Fall absolut in Ordnung. Also das ist nichts, wo man jetzt irgendwie dran kaputt gehen könnte. Spidi mit der Auge. Und smoke erstmal oben die Banane ab. So, Nate so hinterher. Aber die dürfte... Okay, die trifft zwei. Exe und Dennis kassieren dann ein bisschen Damage. Das dürfte für Speidi damit auch den One-Shot gegen beide Spieler bedeuten. Dennis sogar gegen die M4 One-Shot. In der Mitte geht's langsam vor. Hier an der Smoke-Kante. Duelle gesucht. Aber sie lassen Alang offen. Spielen Triple-B. Owe hier passiv. Das Haus am abzielen. Wenn dessen hat Shushu sich auf den Spot zurückgezogen. Jetzt geht er in der Banane vor. Speidi. Schon mit zwei Frakes. Freaks ist da gefallen, ohne was zu machen. Aber zumindest konnte man den Kill traden. Shushu geht jetzt an Alang down. Owe übernimmt die Posi. Ui, schönes Ding. Das heißt, drei gegen zwei Situationen. Sehr breit gefächert. Domi, das Staffen und Davidscher. 99 Damage auf jeden Fall bei Davidscher. Das heißt, er hat auf jeden Fall schon mal plus 50 Aussehen. So, und jetzt ist man aber schon auf dem Spot drauf. Mit zwei Mann wartet man ab. Dann hört man so dieses DZ. So, und weiter geht's. Ich hab mich halt verschluckt. Immer noch die Überzeitsituation für Team Speidi. Und genau, der geht im Haus vor. Und die anderen beiden kommen über kurz. Speidi sucht die ersten Gegner. Sie haben noch eine Smough. Die könnten sie vor den Pit werfen. Der Spieler am Friedhof kann sich da eigentlich nicht mehr zeigen. Geht mit der Flash dann nochmal rum. Und sie haben vorher schon David Jesus auf dem Spot geholt. Den Frak hat sogar Trommler gemacht. Und damit ist das Runde Nummer 10 zur Halbzeit für Team Speidi. Ja, also, das läuft. Team Speidi hier auf jeden Fall dezent stärker. Man muss aber ganz klar sagen, Speidi, ihr seht es ja. 21 Frakes. 21, drei, vier Stats. Das heißt, die fünf Runden, die verloren worden sind, sind auch wirklich die Runden, die er gestorben ist, bis auf eine. Und das ist auf jeden Fall schon mal ein Statement. Also, da auf jeden Fall muss Dennis noch eine Schiffe drauflegen. Aber wir sind jetzt auf der City-Seite für Dennis. Das heißt, da kann man was machen. Und Davidscha. Also David Jesus. Bisher auf jeden Fall. Ey, das ist halt... Er hat schon wieder gemobbt. Ja, der Info-Jump. Und Dennis geht da nicht zurück. Jetzt hat er kein Timing mehr. Oh, dann haut der so ein Brett drauf. Aber nur einer. Und das ist vielleicht ein bisschen zu wenig. Dann kommt Trommler. Dann kommt Trommler. Und das wird natürlich nochmal doppelt wehtun. Und der klickt. Und Davidscha. Was? Der wollte so lange abhaken. Was ist das Trommler? Ey, der spielt doch gerade nicht Trommler. Der hat doch Sync übernommen. 100 Pro. Da bin ich mir auch sicher. Der hat nie im Leben haut der die Dinger raus. So, mal gucken, was da abgeht. Okay, das Crosshair Placement sieht halt immer noch nach Trommler aus. Was macht er bitte? Ja, also da kommen scheinbar die Klicks. Und Trommler hat immer noch Bock, was Trommler kriegt. Boah, er macht einen Trippel-Kill in der Pistole. So, und ich gucke jetzt gerade auch auf die Kamera. Nein, es ist Trommler. Also, ich meine, es ist Trommler. Ja, ey, das ist doch nicht zu fassen, ey. Also, keine Ahnung. Entweder hat er wirklich... Das sind nicht seine Arme, ich glaube. Aber das sind die Arme von Sync, die so hinter ihm sind. Trommler sagt nur, wo die Gegner sind. Ja, unglaublich. Aber gut, schöne Runde hier auf jeden Fall. Vielleicht hypt er sich da jetzt auch. So, Daniel Paulus, glaube ich, auch schon die Verträge ausgedruckt. Ich glaube auch, ja. Und jetzt 11 zu 5. So, Fricks gesehen, dass da einer Richtung CT abgehauen ist. So ein Snowball-Timing hat man da jetzt in der Banane nicht wirklich. Aber man weiß auch, dass der Gegner wahrscheinlich nichts entgegenwerfen wird. Also, B-Execute ist normalerweise dann eine sichere Runde, sofern man nicht ins Deck reinläuft. Also, man sollte auch ein paar Infos an A sammeln. Und da hat sich Dennis schon durchgeschlichen. Aber Orwe passt auf. Mit dem Frack gegen Dennis ist also auch die Info weg. Und jetzt gehen sie die Mitte nochmal hoch. Stehen aber zu zweit dann kurz. Und manchmal können auch solche Runden mit der USP gelingen, wenn es da klingelt. Und erinnert er, der hat den Taser dabei. Oh, David, 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 David. Er hofft, dass halt jemand draufläuft. David, Jesus. Oh, die drückt sich ab. Aber er hat auch wirklich, er ist sehr, sehr, äh, also wirklich sehr, äh, ach, wie heißt es hier, geduldig. Geduldig, ja. Übergeduldig schon. Aber manchmal ist es besser, in so einer Situation der aktive Part zu sein. Auf den Spieler, der durchläuft, zu schießen. Das kann mit dem Taser auch mal daneben gehen. 12 zu 5. Aber die Idee natürlich super. Und da gehen die Drops natürlich raus. So, also Team Speedy auf fast alle Double Digits. Sogar Trommler. Und ich glaube, da hätten so einige Buchmacher. Auf jeden Fall wären sie bankotten gegangen. So, und auf der anderen Seite, da ist es noch nicht so, ja, da klappt es noch nicht so gut. Also, das war eigentlich auch das, was ich erwartet hätte, wenn ein Team Slideleaf in Favor ist. Aber abwarten. Jetzt kommen ja erst die Waffe runden. Jetzt kommen die Entscheidenden. Und man hat hier sehr, sehr viel damage gelassen. Dommys ist darf, erster, zweiter, Dommys ist darf, dritter, nein. Also Owe kann dann noch gerade so das Ding kriegen und hyped es auch schon früh da. Will er dann nochmal in die Smoke rein? Ja, sehr aktiv gespielt, gut getroffen. Nur noch Freaks. Und der geht gegen Dennis Down. Der schnappt sich natürlich sofort die Awe. 12 zu 6. Die erste Waffenrunde geht. Also an Team Dennis. Aber vorher hat Team Speedy keine Spieler verloren. Ich denke, die könnten nachkaufen. Ja, Owe hat es schon gekauft. Und sie gehen nochmal in die Voll. Und Dennis ist eine betrieben krasse AWP. Aber er gibt sie sogar ab. Also sagt er ganz klar, okay, wir wollen nicht übertreiben. Ich möchte auch noch meinen Mates da eine Chance lassen auf der anderen Seite. Und damit ihr auch wisst, die Spieler sitzen sich gegenüber. Und haben natürlich schalldichte Headsets auf. Mit den Hörloks. Äh, Hörloks, ja. Hörlux. Hörlux. So, und jetzt gleich ist es auch wieder Zeit für... Was Neues. Was Neues. Für ein Handicap. Für eins, worauf ich sehr gespannt bin. Ja. Für alle, die heute schon fleißig zuschauen, genau hingehört haben. Die wissen, was wir meinen. Die nächste, das nächste Handicap kommt. Und zwar das Fingertap. Und wenn man sich da nichts darunter vorstellen kann, dann ein kleiner Hint. Bei Freaks4U hat vor zwei Wochen eine Dame angefangen, wo der zweite Teil des Namens etwas mit den Fingertape-Anreihungen zu tun hat. Uh, okay, okay. Da möchte ich es ja nicht spoilern, aber so ist es ja zumindest ein bisschen knifflig. Ein paar Leute werden es vielleicht wissen. Da, Schuchu. Oh, Schuchu, krass. Der Manni. Oh, geht auch noch down. Achso, ich dachte schon, Manni wäre da rumgezogen. Aber es sind immer noch zwei Leute auf A. Gehen sie jetzt einfach Richtung B? Die Bombe piekt schon Richtung Spot. Der Pitchspieler ist da ein großes Problem. Ich meine, da steht Freaks, genau. Der sucht das Duell, verliert es aber. Und da kommen sie nicht durch. David Jesus hinten in der Ecke. Da noch zwei Kills gemacht. 12 zu 7. Und Team Dennis schickt Team Speedy gefühlt zum ersten Mal in die Eko. Aber ich glaube nicht, dass es zum ersten Mal, aber ich meine, sie haben schon eine. So, Attila Han auf jeden Fall weiß schon, dass es um Dona geht. Das ist schon nicht schlecht. Aber wie wird das Ganze gemacht? Also Finger getaped, wer denn gleich? Finde ich auf jeden Fall interessant. Ich bin echt mal gespannt, wie das los sieht, ey. Muss dann aber auch schnell gehen. Gibt's keine Pause. Und da kommt ein B-Rush. Mit der Nate von Freaks geholt. Und Speedy, was hat Domi denn da gerade bitte gemacht? Ja, da hat man ein bisschen verschissen. Hi, platziert Probleme. Dennis aber zumindest noch den Freak gemacht. Schöner, schaut noch. Aber man nimmt ihn raus. Das heißt, die AWP in Speedy senden kann stark werden. Aber Dennis kriegt ihn da schnell. Und Ove, letzte Überlebender gegen drei. Gut gemoved von Dennis. Schon weit aus der Deckung raus gewesen. Also, und jetzt sehen wir hier auch wieder, das ist das Licht. Und jetzt müssen sie hier ihre Finger bereitstellen. Es ist gewittert. Und Speedy kann das gar nicht. Er kann den Gruß nicht. Das wird schwierig. Schaut's an. Okay. So, mal gucken. So, noch mal Pause. Ja, sehr gut. So, jetzt werden die Finger auf jeden Fall getaped. So, meine Lieben. So, ihr werdet mal sehen, wie das Ganze angeordnet ist. So, und Dennis, Trommler schaut auch ganz genau, dass das bei Dennis auch so aussieht. Guck mal, das ist ja echt, echt so. Und an der Keyboard-Hand. Nicht an der Maus-Hand. An der Keyboard-Hand. Wie frech. Oh mein Gott. Ach so, ah. Ach du Kacke. Also, was ich sagen wollte, natürlich hier der Star Trek, der Spock-Gruß oder wie man es auch sagen möchte, deswegen Donald Spock. Da wurde ich schon gefragt, was hat die denn mit Freaks4U zu tun? Und die arbeitet bei uns. Tatsächlich, ja. So, und jetzt sehen wir es hier. Also, das ist natürlich nicht einfach. David Jesus schüttelt schon den Kopf. Da werden wir den einen oder anderen Movement-Fail sehen. Weh only, ja. Ich bin mir nicht sicher, ob man da nur weh trifft. Und vor allem ist es dann ja auch mit dem Ducken und Fleisch ein bisschen fair. Guck mal da, in der arme Kehr. Guck mal, was er versucht. Er versucht es irgendwie zu sabotieren. Ich würde halt nur klarkommen. Ist das gut, ey. Ich würde halt aus Versehen raustappen wahrscheinlich. Alter, ey. Also, das wird auf jeden Fall nicht leicht. Ja. Das wird auf jeden Fall nicht leicht. B klemmt. Ja, das ist genau der Punkt. Aber wir gucken mal, was da wirklich passieren wird. Das Spiel geht weiter. Und ich denke, wir gucken, wir bleiben erstmal bei Dennis, der hier. Der schlägt sich einfach nur in die Ecke. Ich bin froh, dass ich es ohne raustappen bis hier hingeschafft habe. Und wo ist Vidi? Vidi kann natürlich nicht einfach kämpfen. Stimmt, auf der Terrorseite ist das noch viel fieser, das Handicap. Aber scheinbar hat er sich damit schon akklimatisiert. Also, ich bin mir da noch nicht sehr ganz sicher. Also, wenn es brenzlig wird, werden da Fehler passieren. Trommler ist da schon mal vor. Bisher nur langsamer Fight in der Banane. Nicht wirklich viel Infos für Dummi, das darf. Gehen sich jetzt auch wieder zurück und Hype-Smoke nochmal nach. Die hätte man vielleicht nur ein bisschen länger drin behalten können. Damit sind zwei Smokes, die beiden Smokes am Baseboard weg. Da kommt gerade der Molli durch die obere Banane vom Pool abdrennt, dass man die Sandsäcke sauber checken kann. Durch eine gut getimte Popflash noch geholt wird. Da kommt aber auch schon die Rotation von David. Und Dennis bleibt immer noch in seiner Ecke stehen. Sammelt nicht mal Informationen. Vertraut hier vollkommen seinen Teammates. David Schaar flasht sich hier rein. Aber hat viel zu wenig gesehen. Also, das könnte eine Fehlinformation werden. Wir sehen es auch gerade. Er rotiert drüber, ja. Und da kommt nämlich einiges. Hype aber mit dem ersten Frack. Hype mit dem zweiten. Dann aber Obel mit der Antwort. Hype mit der Möglichkeit. Aber kein dritten bisher. Aber der ist noch nicht gestoppt. Aber dann im Befall. Die die Machenkill ist jetzt im Klatsch. One on Fray mit Handicap. Gegen Dennis. Gegen Exi. Gegen Davicja. Bei zehn Sekunden. Ah, er wird die Runde wahrscheinlich nicht holen. Aber Fracks werden noch okay. Den ersten schön gemacht. Oh, eine zweite. Wenn er den holt, hat er noch ein paar Sekunden, um den letzten zu holen. Reicht aber nicht. Das wäre doch witzig, ne? Bei jedem Kill geht der Runde-Timer nochmal zwei Sekunden höher. Aber nur bei unter 30 Sekunden. Dann guck mal, Dennis grinst sich einen ab. Also, das war schon das Höchste an Grinstgefühlen, das Dennis für einen liefern kann. Also, he's full amused. Das kann man schon mal sagen. Und wieder rein in die Ecke. Was hat Speedy für ein Handicap? Beide Prost gehen immer das Gleiche. Und Speedy direkt down. Hype mit dem First Track in der Banane. Bekommt nur einen Team-Flash ab. Aber da bauen sie bei Team Speedy über die Mitte auf. Und da haben sie eben das Kreuzfeuer. Und jetzt könnte Dennis natürlich zuschlagen. Einen, zwei, drei. Aber der vierte, der will nicht. Trommler mit dem Frack gegen ihn. Und irgendwie wirkt Trommler so, als wäre der Endgegner von Dennis in der Pistol-Round im Haus. Jetzt haben wir hier unten von Hype aufgehalten worden. Zwölf zu zehn. Team Dennis kommt immer näher ran. Und Team Speedy hat bisher noch keine einzige Waffenrunde auf der T-Seite geholt. Aber wäre schon witzig, wenn die auch, wenn ein Handicap hier links mit, wie gesagt, Hände vertauscht. Hände über Kreuz. Über Kreuz oder halt wirklich einfach vertauscht. Das wäre so, oie, oie, oie. Das ist so schwer. Ich könnte niemals mit links aimen. Nie. Ich schwöre es dir. Niemals. Nie. Das, ich würde, ich würde nicht einen Frack machen, glaube ich. Avicca spielt immer wieder diesen Smoke-Move. Owe läuft da auch nicht rein. Er zielt jetzt erstmal nur ab. Von der Brücke war Shushu am Anzielen. AWP bei Speedy. Und ich glaube, sie wollen hier mit der Smoke den Tower machen. Eigentlich sollte die AWP da nach oben. Das Pickpotenzial natürlich. Was besser, aber Hype. Passt auf. Eventuell, weil man den Sprung von Owe, ne, nicht von Owe, von Freaks gesehen hat. Oh, das war Trommler, glaube ich, der da mit dabei stand. Der hat die AWP übernommen. Ja, muss Trommler gewesen sein. What happens? Noch sind sie in Führung. Noch können sie sich kleine Fehler erlauben. Aber nicht mehr lange. Jetzt hat Jesus und Trommler. Hallo? Schönes Ding. Sehr schönes Ding. Auf jeden Fall. Aber er checkt jetzt nicht die Sandsäcke. Ja. Da kommt die Flash. Und Domi in allerletzter Sekunde. Da hat den auf jeden Fall gerettet. Das kann man ganz klar sagen. Die schicken die Bombe zurück. Und an A kurz steht eben nur einer. Und ich sage es immer wieder gerne. Wenn Anna Lang die Position zu offensiv gedeckt wird. Und Dennis, er sammelt die Informationen. Sollte aber, wenn er den Schuss nicht setzt, keinen Repeak machen. Sollte zurückgehen. Und Owe drückt ihm dieses Ding. Das war auf jeden Fall ein Brett, Junge. Da wunderst du dich erstmal. Ja, und jetzt auf den A-Spot. Und da steht Davicja auch von Owe geholt. Oh, der könnte das klatschen. Legt die Bombe. Nicht offen für den Pit. Der muss es vom Spot ausspielen. Und sie kommen beide überall lang. Müssen sich aber erst noch sammeln. Exi als erster da. Owe. Wartet. Geht offensiv. Hat sie, glaube ich, beide gesehen. HE kommt gut. Das könnte Frack sein. Exi low AP. Die sind beide gedamaged. Und er weiß, dass der zweite auch. Das ist aber komplett verwirrt. Schade. Hätte ich ihm gegönnt. Also wirklich schon alleine dieser Frack gegen Dennis. Und man hat es noch nie gesehen. So schnell wie Dennis da seine Tapes abgerissen hat. Gerade eben. Nach dem Frack. Sofort gefahren. Da habe ich direkt abgerissen. Also sie haben jetzt hier wieder Handicap-freie Zone. 12 zu 11. Und das hätte ich jetzt nicht erwartet, dass man nochmal so nah dran kommt. Also es sind hier echt spannende Matches. So. Und da ist nichts besprochen oder doppelter Boden oder sowas. Sondern die sind eher sich noch am beefen. Ja ehrlich. Muss man ja sagen. Dementsprechend ist es echt erstaunlich, dass man hier doch auf so einem ähnlichen Skill-Niveau ist. Und die Teams sind noch relativ ja ausgeglichen verteilt worden. So. Jetzt müssen sie den Pit eigentlich nur noch berennen mit den zwei Fracks in der Mitte. Kleiner Team-Damage dabei. Exi. Das ist eine Mammut-Aufgabe. Zu groß für ihn in dem Moment. Und die Bombe wird gelegt. Und das ist wirklich eine Situation, wo man zurückbleiben sollte. Auch wenn da viel Utility dabei ist. Zack. Speedy. Da noch Hyped rausgenommen. Und so leicht kann man auch auf der CT-Seite Runden verlieren. In der Mitte der Frack gegen Shushu war es glaube ich zu schnell gefallen. Ohne dass sie einen Kill gemacht hat. Starkes Spiel von Freaks hier. Seine zwei Entries bringen im Endeffekt die Runde für Team Speedy. Yes. So. Also die 13. TS spielt. Trotzdem. Noch ist nichts entschieden. Wenn man sich den Rundenverlauf anguckt, sehen wir hier gerade Team Dennis auf. Der zieht die Seite unglaublich stark unterwegs. Aber das Geld nicht so krass, wie man das nach sechs gewonnenen Runden in Folge vermuten würde. Ja, ist ja meistens echt so. Bei den CTs. Dass man da wirklich sich wundert, dass sie auf einmal doch in die Eco gehen, obwohl sie gerade mal eine Runde oder zwei verloren haben. Aber hier haben sie auf jeden Fall die Möglichkeit nochmal nachzukaufen. Aber wenn man jetzt diese Runde abgibt, dann ist es auf jeden Fall wegweisend. Dann sollte Team Speedy mindestens die fünf Zwischen-Safe haben. Deswegen hier nochmal fokussiert und alle, die Team Speedy vorne sehen wollen, sollten jetzt nochmal hier die Arme nach oben reißen. Aber Hyped mit dem Entry und der gefällt mir richtig. Ja, sehr solide ABP an B. Aber wieder die ABPs, ne? Eben Norik, jetzt Hyped. Also es sind immer die ABP-Spieler, die so herausstechen bei Teams. Es ist wirklich erstaunlich. Auch auf internationalem Niveau. Andy, der heraussticht. Und Venom, der heraussticht. Okay. Ja, auf Bot internationalem Niveau. Durchaus. Nur weil du Bottom nur kennst, ne? Da ist das nix. Gelogen wird hier. Wie immer. Mitte ist man oben. Es liegt die Kurzmaug. Obe wartet wahrscheinlich auf eine Flash, um durchzugehen. Aber die Bombe geht jetzt erstmal Richtung lang. Da hat Davica die Position übernommen. Dennis auf LVP geschossen. Kommt aber nochmal zum Frack gegen den Freaks. So, und Shushu. Im Duell. Davica down. Die CD-Base an sich gedroppt. Aber das zielt. Hyped gut an. Und die Bombe droppt in den Speedway. Jetzt geht Obe hier aber nochmal rum. Kann den Frack recht einfach machen. Muss die Bombe aber noch picken. Und das dauert ein paar Sekunden länger. Er wartet schon, dass da einer steht. Er wartet auch, dass er umlaufen wird. Und ich glaube, er hat es gesehen. Er gibt Gas. Muss die Säule jetzt ausspielen. Oh mein Gott, Obe. War es ein schöner Schuss noch auf Dennis? Aber da wartet noch einer. Da wartet noch einer. Den kriegt er nicht. 90 Runden. Die Bombe kriegst du nicht mehr geplant. Der andere Spieler muss weglaufen. Und genau das macht er. XC bleibt einfach nur noch defensiv. Absolut richtige Entscheidung. Und damit ist es hier die zwölfte Runde. Für die Jungs von Team Dennis. Jawohl. Und das ist... Ist das im Reset noch nicht ganz? Trommler hatte ja seine Waffe noch durchgebracht. Obe muss ein bisschen gucken, was er kauft. Speedy 4.3 kann auch auf die AK gehen. Also sie können noch einmal nachkaufen. Obe geht hier auf P250. Ich glaube, sonst nichts anderes. Er ist echt mitgelaufen. Er ist nur P250 und Kevlar hat noch ein bisschen... Er ist nur mitgelaufen. Alright. Also Speedy. Erstmal David Jesus. Kann auf die AK upgraden. David Schatz zieht sich zurück. In der Mitte. Dennis an der Säule. Kriegt da ein paar Hits ab. 84 AP noch übrig. Und dann eben der Weg zurück. Auf den A-Sport. Bevor man da eben leicht gepickt wird. Auch kein Overcommitment anerlangt. Trotzdem geht XC down. Der E von Dennis. Etwas zu spät. Und man kommt nochmal zurück. Es ist kein Follow-up da gewesen. Jetzt sind sie kurz schon durch. Dennis unter Druck. Trommler wieder mit dem Kill gegen ihn. Das ist, glaube ich, der dritte. Jetzt haben sie David Jesus unten nicht gecheckt. Der bekommt zwei. Die Bombe wird gelegt. Speedy muss ihn eigentlich schnell picken. Hat den Kopf nochmal gesehen. Vermutet da auch richtig einen über Kurs. Er kriegt ihn an der Kante noch. Und damit ist Hype alleine gegen zwei. So, und das war von Speedy so sauber gespielt. Hype wird gut unter Druck gesetzt mit den Flashbangs. Man hat die Position hier sehr schön gemacht. Reuzdeckung ist da. Man zieht rum. Und Manni gönnt sich hier den Break. 14 zu 12. Also Shushu auch am Start. Und da ist kein Geld. Wir werden jetzt auf jeden Fall weiter reden. Da wurde gerade mal ganz kurz für euch. So. Hallo, meine Lieben. Also, Katastrophe. Du hast es gesagt. Mit dem Geld für Team Dennis. Und die Speedy auf der anderen Seite. Wenn sie die Runde gewinnen. 15. Safe. Nächste Runde wieder. Kein Geld für Team Dennis. Am Start. Was? Alter. Weiter geht's. Ui, 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 ui. Trommler mit dem Entry. Und das war die einzige Rifle. Muss jetzt gucken. Die Waffe in der Hand halten, wenn er als Erster vorgeht. Ganz, ganz wichtig. Wird aber von Exi noch geholt. Der hat jetzt die AK-Speedy. Jetzt ist Exi wieder alleine. Wird schon gespottet. Droppt nicht runter. Und das ist dann auch wieder zu viel für ihn. Die sind auf den Aspo draufgekommen. Die Runde wirkt schon wieder verloren. Und ich glaube, Team Dennis geht das jetzt auch nicht mehr an. Hype zwar noch drin, aber er fällt. Und am Ende nur noch Domi. Das darf der hier sein. Kevlar. Seine 5'7. Und die Flash dabei hat. Also die Headsets glaube ich nicht. Schönes Ding. Nein, das ist Quatsch. Das lag nicht daran. Da ist man gerade dezent, hat man das Kabel rausgesprengt mit einem C4 und hat sich gedacht. Bombenpest mit Plänzchen. Reißen wir den ganzen Schinski mit. Der ist dann auch hier wie so ein Drache aufgestiegen, weil der ja auch relativ leicht ist. Und dann sind solche Dinge entstanden. So. 15 zu 12, Freunde. Und jetzt geht's weiter. Kann man hier diese drei Map-Punkte für sich verwerten oder nicht? Man muss ja auch ganz klar sagen, ey, das war der Map-Pick von Speedy. Absolut. Da ist nichts passiert. Völliger Schwachsinn natürlich. Also danach sehen wir Cash und gegebenenfalls sehen wir auch noch ein Dust2. Wenn es denn zum Letzten rauskommt. Ja, Owe, wir sind in der Banane. Sie wollen es anscheinend mit einem B-Execute beenden. Da stehen zwei Leute da. War es die Sandsecke von Owe nicht richtig gecheckt? Hype macht den ersten Kill. Der kommt noch rein. Bekommt den Triple. Domi mit zwei Assist. Hype kommt aber nicht weg. Der Spot fällt an sich. Speedy müsste noch einen Follow-up machen. Schnappt sich auch noch Dennis. Also das 2-on-2 ist da. Und da wird natürlich direkt gesagt, Plänze für die Banane. Ich bleib hier stehen. Ich ziel die Smoke noch an. Ich smoke die CD nochmal nach. So, Smoke nochmal nach. Und jetzt ist er auf jeden Fall da. Im 2-on-2. Also, Exi und Daviccia. Die müssen das Ganze hier rauskriegen. Und Shushu bleibt auf der Bombe sitzen. Shushu, Manni mit dem Ersten. Speedy sieht den Spieler. Zieht sich weit zurück. Und das könnte hier auf jeden Fall eine Möglichkeit werden für den guten Herrn. Eigentlich zu super. Oh, der Exi holt es. Exi. Zur 13. Runde. Reicht das? Oh. Ja, doch. Doch, doch. Reicht. Oder? Oh, ich glaube nicht. Nee, das reicht nicht. Das ist die 16. Runde. Es reicht nicht. Für Team Speedy. 16 zu 12. Und damit geht Team Speedy mit 1 zu 0. In Führung hier im Halbfinale beim Lead Cup. So, meine Lieben. Also, erste Map haben wir gesehen. Erste Map war natürlich der Map-Pick von Speedy. Zweite Map wird dann DE Cash sein. Das werden wir in wenigen Minuten sehen. Also, wir sind gespannt auf jeden Fall. Man muss ganz klar sagen, wieder die AWP-Spieler, die stark sind. Hyped wirklich mit einer guten Leistung. Speedy aber grundsätzlich im Duell der Profis. Gerade vorne auf jeden Fall. Gute Leistung gezeigt. Und dann sind wir gespannt, wie es gleich weitergeht, meine Lieben. Genau, kurzes Päuschen. Bis gleich.